Lanzkron Hell, der Klassiker aus dem Hause Lanzkron. Hierbei handelt es sich um ein untergäriges Schankbier mit einer Stammwürze von 10,9% und einem Alkoholgehalt von 4,5%. Die hier empfohlene Trinktemperatur ist zwischen 10 und 12 Grad. Ich verwende hier absichtlich ein schlankes Glas, denn die Regel ist, je schlanker das Bier, desto schlanker auch das Glas. Bei diesem Bier sollten nicht die Aromen im Vordergrund stehen, sondern wichtig ist, dass dieses Bier erfrischt. Typisches Schankbier, etwas milder als ein Pilz, nicht so stark gehopft, aber betonfrisch. Dieses Hell hat in der Lausitz eine lange Geschichte. Früher wurde hier viel Kohle gefüttert und die Kumpel bekamen neben dem Lohn auch Deputat. Deputat in Form des Bergmann-Fusels. Das war ein 40%iger Schnaps und da wollte der Kumpel ein mildes Bier dazu mit einem geringeren Alkoholgehalt. Eine weitere Tradition hier in der Lausitz war die Herstellung vom Glas. Man muss sich vorstellen, dass so ein Glasbläser den ganzen Tag neben einem offenen Ofen arbeitete und da natürlich schnell Flüssigkeit verlor. Und diesen Flüssigkeitshaushalt auszugleichen, dafür brauchte er ein Bier, was mild ist und vor allen Dingen erfrischt. Die Nachfrage nach einem frischen Bier, welches mild ist, die ist uns geblieben. Was nicht geblieben ist, sind Trinktraditionen. So war es zum Beispiel damals auch üblich, dieses Bier, was wir heute zwischen 10 und 12 Grad, also eher kühl trinken sollten, zu erhitzen. Es gab sogar Gaststätten, die hatten an der Wand einen Tauchsieder und da wurde das Bier warm gemacht. Zum Glück gab es da noch keine Mikrowelle, weil sonst hieß es wahrscheinlich, bing, ihr Bier ist fertig. Als Speise zu unserem Lanzkronhell empfehle ich dir eine Kürbiscremesuppe. Also, auf dich, auf unser Lanzkronhell zum Wohl.